ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir ich wie ihr sehen könnt ich bin mal was anderes nämlich ich bin also man kann mich als mensch sehen okay also ja also ich meinte natürlich man kann mich diesmal ein bisschen anders sehen also nicht naja ich sehe natürlich so nicht in real life aus aber ja mal was anderes wie das der titel auch schon sagt und ja heute soll das eigentlich nur so ein veröffentlicht äh veröffentlichung alter mann das war so ein ankündigungs und bisschen reden video ich kündige einen stream an so nach 10 minuten der veröffentlichung dieses videos kommt der stream könnt ihr gerne gucken unter dem video seit wann das video an ist also auf youtube verfügbar und wenn ich dann noch nicht streame dann dauert es nur ein bisschen bisschen das klingt irgendwie so ein rot aus dem spanischen egal ja und unten rechts ist reko das zeichen wenn ihr schon länger dabei seid dann wisst ihr ich habe da nicht so gut ja weil in shot keine videoaufnahmen hat und dieses video mache ich eigentlich nur wie es links sieht sehen könnt alter einfach mal 60 70 prozent runter gehen also dafür jetzt erstmal nichts sagen ja also und das ist auch trauriges fast über 40 prozent nicht abonniert ja und ja das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat das lag dann ein abo wir sehen's beim nächsten mal tschüss bis dann ich hoffe es gibt keine hater auf diesem video weil das ist was anderes ansonsten drehe ich mich einfach im graben nochmal um ja und ja 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 Vielen Dank.